Hi, wir sind IAV, wir sind ein globaler Tech-Solution-Provider und wir haben uns auch natürlich die Challenge des automatisierten Fahrens auferlegt und heute haben wir auf unserem Stand das IAV-Shuttle dabei, was schon in der Hamburg HafenCity rumgefahren ist und erklären euch an unserem Stand, wie wir quasi vom Konzept über die Simulation zu diesem realen Shuttle gekommen sind.